Ich weiß nicht, da müsste eine Markierung, ist da eine Markierung? Hier steht gar nicht wie viel. Für? Was hier drauf steht? Ja, für 250 Milliliter. Genau, das muss nach oben. Also das sind 200 hier, schau mal. Das sind 200 etwa. Ja, es gibt eine Markierung schon. Ach so, super. Ja, kurz erzählen, warum brauchst du jetzt eine Nasendusche? Ja, es gibt so viel Chlorin in diesem Schwimmbad und meine Augen waren ganz, ganz rot. Sind immer noch ein bisschen rot. Und ich muss einfach meine Nase spülen, auch von diesem Chlorin, weil ich glaube, ich bekomme, wenn das ganz stark ist, ich bekomme ein bisschen Allergie und ich sehe ganz, ganz lustig aus. Ich weiß, lachst du mich ab? Ja.